Dies ist ein Aufnahmetest von und mit Efi. So, jetzt mit Ruhe. Die Cave, ich mag die Cave. Wo bin ich? Ich bin der Letzte. Scheiße, das sind ja voll viele. Lass mich hier hoch. Hier ist überall was. Ich bin schon mal überrascht, dass eine Waffe in meinem Haus ist. Leider nicht die dazugehörige Munition. Hier ist er noch. Er ist genau neben mir. Fuck, 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 fuck. Ja? Was hat er für uns gesammelt? Okay. Da vorne. Ich nehme alles. Eih, das ist hier ungemütlich. Was hat er? Alter, wie baggy das ist, Scheiße ist mit diesem Spiel? Unglaublich. Unglaublich. Aha. Nett, nett. Aber Geld habe ich immer noch. Nothing. Wo ist jetzt der Typ, der sich hier eine Drohne gönnt und dann nichts damit tut? Das wüsste ich ja mal gern. Er verschwendet hier die Drohnen am Shop und macht nichts. Vielleicht kann ich damit einen verwirren. Kann ich bitte die Waffe nehmen? Bitte. Ich sag doch bitte. Cool. Nein. Um's Willen. So. Jetzt. Jemand will mich clastern? Das schaue ich mir doch mal genauer an. Komm mit Schwung. Wer schickt hier denn den Cluster rein? Und ist er nicht hier? War der Clas? Ja. Komm raus. Es sind so viele verschiedene Winkel, wo der kommen kann. Er redet. Wow. Wow, das war knapp. Wie viel hält denn der aus, bitte? Ich habe zwei Max in den reingeblasen. Gibt mir seinen Stuff. Der hat ja alles für mich gesammelt. Es ist ja voll nett. Oh, wie. Der ist sehr auf Sicherheit bedacht, der Kollege. Oh, oh. Es tut mir leid. Ich wollte hier nur looten. Ich wollte nicht eklig sein. Jetzt aber schnell. Die haben alle kein Geld. Was machen die in ihrer Freizeit? Hier kommt was. Komm, ich spiele mit. Der ist so oben stehen geblieben. Wie geht's denn da hoch? Ach. Oh. Was? Das war aber... Das war ein NPC, oder? Ich habe gerade ein NPC gekillt. Ich habe mich darauf geachtet. Nee, es war ein echter Spieler. Was hat mich da bitte angesnackt? Was wollen die alle hier? Und auf wen eben? Der Prezi? Ich suche Deckung. Warte. Uff. Müsste mir jetzt eine Drohne gönnen. Oder meine Waffe. Ich hole mir meine Waffe. Ich habe nur 30 Schuss da drin. Was sagt? Da wird doch wohl keiner sein. Nein, es sind zwei. Es sind zwei. Uh. Wie sind da denn zwei jetzt? Macht euch das doch mal aus miteinander. Dann komme ich. Ist das krass, wie die nicht aufeinander schießen? Kann ich mir da jetzt was kaufen? Das wäre echt risky. So richtig schnell. Ai. Kick doch. Kick doch. Ach Gott. Wow. Muss ich nochmal zurück mir eine Drohne gönnen? Ja, sicher ist sicher. Wenn es eine gibt. Ich glaube es. Okay, ich nutze die Gelegenheit. Juhu. Nein. Nein. Wie viele da kommen. Er schießt zweimal daneben. Ah, das ist fies. Ah, das ist so gemein. Die Leute kommen alle in der letzten Sekunde. Warum? Es ist so schwer im Solo. Man kann sich nicht mal am Shopping was kaufen. Man wird gleich zerstört. Deal. Das ist der AFK. Kann ich bitte den Treffen, der in der AFK ist? Und? Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Egal. Hauptsache es geht weiter. Tja, jetzt müssen wir von vorne anfangen, right? Ich schaue mal hier runter. In diesen kleinen Häuschen war sicher noch niemand. Okay, alles gelootet. Sehr gut. Ja, die Ente. Jetzt habe ich eine Menge Geld. Und hier ist kein Shop mehr. Ich kann... Man kann nichts kaufen im Solo. Soll ich mich da in die Endzone in den Shop stellen? Oder was? Tuck, tuck, tuck. Da oben schießt. Mama. Ah! Wow, ich... Äh... ...nur knapp überlebe. Manche Leute... ...halten so viel aus. Da habe ich einfach eine scheiß Waffe. Kann ich hier hoch? Wie kommt der da hoch? So nicht? Wenn man auch die Leiter suchen muss. 400 Jahre. Und der steht am Dach da oben und macht nichts. Wie wollte ich doch holen da oben? Wie geht's da rauf? Na ja. Gehen wir mal wieder nach... ...Hydro. Genau da rein will ich. Das denkt sich der auch. Wow. Wir probieren das nochmal. Ich gehe da hin. Oh, ich habe einen Gegner markiert. Ich muss dich holen, bevor er eine Waffe hat. Mhm. Oh, da hat er sogar eine. Das tut mir leid. Ist noch einer? Nein, ich sehe ihn nicht. Oder wie gut er mich sieht. Ist ja ruhig. Dieses Geknustel immer. Es regt mich so auf. Ja. Hm. Gut. So. Airport. Let's go. Bounty holen. Gibt's hier was? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ich achte auf den Himmel. Oh. Als ob der das ist. Tatsächlich. Ich glaube, ich sollte mich mal ordentlich hinsetzen. Jetzt, wo ich überlebt habe. Wo sind die? Wie findet man hier Menschen? Hi. Keine Antwort. Das ist... Keine Ahnung. Es ist wirklich ein bisschen langweilig. Oh, so ein Zwei. Das muss man schon so sagen, wie es ist. Man hat nicht sehr viele Möglichkeiten, hier Speed reinzubringen. Man ist angewiesen drauf, dass irgendwas passiert. Geld finde ich sowieso nie. War Zone Zwei. Ich lache mir alle, mich zu Tode. Ich hätte sogar ein bisschen mehr Action. Ein bisschen mehr Es ist mir zu viel rumgelootet. Gerade kriege ich einen Erfolg fürs Looten. Das sagt doch schon alles. Öffne 95.000 Kisten. Wenn ich jetzt an den Shop gehe, bin ich entweder gleich tot oder er hat keine Drohne. Diese beiden Möglichkeiten gibt es für mich. Das ist schade, oder? Wie soll man denn so Leute finden in dem Spiel? Ich renne seit 20 Minuten herum. Nichts passiert. Ups. Ups. Fuck. Irgendwie muss ich auf mich aufmerksam machen. Okay. Vielleicht hat da wer eine Drohne. Ja. Das passt zu der Runde. Erstmal 30 Minuten rumrennen. und dann instant sterben. Das war doch wirklich nett. Eine nette Erfahrung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.